Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Sunrun Casade ARD. Das letzte Mal war der erste Fail, den ich euch zeigen konnte. Ich werde jetzt... euch erstmal zeigen, dass hier ist die Nahrungsproduktion. Ich habe es ähnlich aufgebaut wie letztes Mal. Allerdings werde ich... Meine Bogenschützen sind gut gesetzt, da bin ich froh. Und sie haben eine ordentliche Reichweite. Es werden Recruiten benötigt, seier. 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 Sie haben einen Brunnenarbeiter angegriffen. Es werden Recruiten benötigt, seier. Am Anfang hatte ich hier sicher... Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So, was mache ich als nächstes? Ein Haus, genau. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Oh, Murna. Oh, Murna. Es werden Recruiten benötigt, seier. Seid euren Wunsch. Seid euren Wunsch. Eine Nachricht der Schlange. Was für ein Held. Nun, ich habe eine Überraschung für euch. Ich esse dich. Mawlai. Lischjejaa. Mawaraihanok. Nataharrak. Bitakid. Bitakid. Nataharrak. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Mawlai. Es werden Rekruten ja bezahlt Die müssen in Angriffshaltung Und sobald diese Bogenschützen hier erledigt sind So, jetzt vergrößere ich mein Vorratslager ein wenig Doppelte Größe sollte fürs Erste reichen Und ich baue noch ein paar Türme Einer kommt hier hin Und einer hier hin Und dann werde ich Jetzt Ein paar Bogenschützen Auch eigene Bogenschützen Bauen Und ich werde auf Sperrkämpfer gehen Weil Und später dann Amrak Eine Nachricht der Schlange Es ist Zeit das Zeitliche zu segnen Und dann Und dann Eine Nachricht der Schlange. Was? Ihr lebt noch? Na, nicht mehr lange. Und jetzt kommen meine Lieblinge. Eine Nachricht der Schlange. Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. So, jetzt gibt es... Und ich werde Bier produzieren, wenn ich es schaffe. Hier ein... Ja. Wie können wir helfen? Es werden Rekusten benötigt sein. Eine Nachricht der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Seht es endlich ein. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Aber natürlich. Maulai! Eine Nachricht der Schlange. Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Balliste. Bereit, Maulai! Balliste. Bereit, Maulai! Ich mache mal gleich zwei auf sie mal. Amrukaya Maulai! Ihr seid der zweitgrößte Herrscher! Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eine Nachricht der Schlange. Hört ihr auch diese Schritte? Gefahrter Tod ist auf dem Weg zu euch. Rücken aus. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Eine Nachricht der Schlange. Hört ihr auch diese Schritte? Gefahrter Tod ist auf dem Weg zu euch. Balliste, bereit, mein Lord. Wir geben unser Bestes. Balliste, bereit, mein Lord. Unter 80 werde ich jeweils gehen. Bin zur Stelle. Hoffentlich kann ich den hier noch setzen. Wenn man nicht mehr kann es sein. Eine Nachricht der Schlange. Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Brot. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. In Bewegung. Mein Bogen ist euer. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Mein Herr, Rücken aus. Die haben gelitten. Da werde ich die restlichen vier noch... Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Noch hinschicken. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Rekruten benötigt, Seier. So, jetzt werde ich mal... ...einen etwas stabileren Turm setzen. Ja. In Bewegung. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Eine Nachricht der Schlange. Was? Ihr lebt noch? Na, nicht mehr lange. Womit kann ich dienen? Und weiter. Balliste. Bereit, my Lord. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Eine Nachricht der Schlange. Es ist Zeit, das Zeitliche zu signen. Ich habe nämlich zu wenig Platz. Mein Bogen ist euer. Pfeile bereit. Zu spät. Der darf nicht durchkommen. Die sind mir da etwas zu nachlässig. Wir sind der zweitgrößte Herrscher. Immer noch. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Mein Herr. Rücken aus. Ich habe das Gefühl, dass die europäischen Bogenschützen besser sind. Früher hatte ich das gegenteilige Gefühl, aber... Jetzt gehen wir mal zum Feind drüber. Wasser graben. Also ist das Tier der einzige... ...Zugangspunkt. Und hier kann ich hier rüber gehen. Aber hier sind so viele Bogenschützen und die patrouillieren teilweise auch. Nichts zu weit weg, aber... Ich kann... Und das hatte ich auch schon vor. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Waffen benötigt, Seier. Eure Befehle sind auf dem Weg. Das ist keine schlechte Verteidigung. Besser als... ...als die meisten Mauern. So, jetzt kann ich auch... Eine Nachricht der Schlange. Was für ein Held. Nun, ich habe eine Überraschung für euch. Die Holzduräte sind zu knapp, Seier. Eine Nachricht der Schlange. Was? Ihr lebt nach... ...nacht nicht mehr lange. Das ging... ...die Beäude steht... Eine Nachricht der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Seht es endlich ein. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Wir benötigen Reutz. Eine Nachricht der Schlange. Es ist Zeit, das Zeitliche zu signen. Euer Gnaden... ...nennt euren Wunsch. Auf dem Weg. Ziel ist notiert. Eine trägliche Auferlust. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Balliste. Bereit, mein Lord. Vielleicht reiß ich auf dem ersten Mal ein Gebäude rein. Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lass ich das nicht durchgehen. Meine Seite des Flosses. Wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Ja, das wollte ich nämlich auch schon eine Weichelang tun. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Solange die nicht mit besseren Einheiten kommen. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr seid der größte Herrscher. Hier wird kein Holz gebaut. Und jetzt kommt noch Bier hinzu. Wir werden überfallen. Also fünf Einheiten Bier leiste ich mir jetzt. Hierüber müsst ihr gar nicht kommen mit Angst glauben. Ich weiß nicht, wie lange diese Folge ist. Das wird eine Belagerung im Generalangriss. Eine Nachricht der Schlange. Was? Ihr lebt noch? Na, nicht mehr lange. Ja! Zehn angepeilt! Unerreichbar! Ja! Ja, bitte! In Bewegung! Ihr könnt auf uns zählen! Das müsst langsamer, ob es nicht die Standardeinstellung sein. Wohin gehen wir in Kinderspiel? Ihr könnt auf uns zählen! Rekruten benötigt, Sire. Eine Nachricht der Schlange. Was für ein Held! Nun, ich habe eine Überraschung für euch. Eine Nachricht der Schlange. Ah, ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Brunnen. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Wir geben unser Bestes. Euer Gnade. Euer Gnade. Was sollt ihr? Was sollt ihr? Konstruiert werden. Konstruieren Belagerungsgeräte. Eine Nachricht der Schlange. Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Allzeit bereit. Balliste! Bereit, My Lord! Balliste! Bereit, My Lord! Balliste! Balliste! Bereit, My Lord! Wir geben unser Bestes. Es werden Rekunten benötigt sein. Ich hoffe, meine Leute könnten hier nochmals. Das ist wahre Macht. Bin zur Stelle. Eine Nachricht der Schlange. Ert ihr auch diese Schritte? Gevatertod ist auf dem Weg zu euch. Ein weiter Weg! Ein weiter Weg! Bogenschützen bereit! Rücken aus! Mein Bogen ist euer. Pfeile bereit! Mein Herr! Ist hochgekurbelt! Ist hochgekurbelt! Nicht mit meinen Bäumen! Ist hochgekurbelt! Nicht mit meinen Bäumen! Ist hochgekurbelt! Eine Nachricht der Schlange. Es ist Zeit, das Zeitliche zu signen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So, dann baue ich jetzt. Wir benötigen Holz. Ballisten bereit, my lord. Wir geben unser Bestes. Ballisten bereit, my lord. 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 Ein unmögliches Ziel. Wir geben unser Bestes. Ballisten bereit, my lord. Sind auf dem Weg. Eine Nachricht der Schlange. Was für ein Held! Nun, ich habe eine Überraschung für euch. hier kommt keiner mehr durch ihr könnt auf uns zählen es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei es werden wir haben fast hundert davon wir benötigen holz den habe ich wohl abgewirkt der gelbe hat sehr viel gold die anderen haben sehr viele drucken ihr könnt auf uns zählen ein weiter weg euer gnaden es werden rekruten benötigt sei es uns eine aufgabe euer gnaden wie können wir helfen dass sie es war nochmals sieben feuerbalisten die genaue vierte von sich unten hin was soll konstruiert werden konstruieren belagerungsgeräte konstruieren belagerungsgeräte konstruieren belagerungsgeräte eine nachricht der schlange hört ihr auch diese schritte gefahrtertod ist auf dem weg zu uns wohin gehen wir allzeit bereit eine nachricht der schlange es ist aus mein frott seht es endlich ein auf der schlange holden bis zum nächsten Mal die schritte was ist was ist was ist was ist was ist Also, ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es heiß ist, und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.